Ja, ähm, die haben ein Restart Map gemacht, deswegen spiele ich jetzt nochmal von vorne, deswegen fange ich jetzt das Let's Play quasi von vorne an. Ähm, ähm, was mache ich als erstes? Firing Speed, jo, ok. So, ja, eben haben wir total versagt auf diese Map, da habe ich es auch schon aufgenommen, aber das habe ich dann jetzt quasi rausgeschnitten, weil, ja, sag ich mal so, wir sind ein bisschen Schwachsinn, die Aufnahme zu zeigen, weil mich das da anhält, tierisch. Von daher mache ich das als allererstes mal hier schon, hier schon. Äh, nein, das will ich nicht. Raus. So. Ähm, ich habe halt zuerst als Soli gespielt und, ähm, ja, festgestellt, dass wir mindestens mal einen Engie brauchen, dass kein anderer einen Engie gemacht hat, deswegen habe ich jetzt einen Engie gespielt. Hat leider nicht ausgereicht, wir brauchen anscheinend zwei Engies. Ach, was mache ich denn? Ich hätte ja einfach nur das Strapmittel, ach, das Ding da aufsammeln müssen. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall dann, äh, mit zwei Engies gespielt, das hat auch leider nicht gereicht, vor allem, weil wir halt einfach überrannt worden sind und ich der Rest des Teams irgendwie nicht wirklich zusammengespielt hat. Ich weiß auch leider keine gute Posi, äh, wo ich nicht sofort meine Sentry verliere, weil die... Ach, scheiße, ich will das Ding ja davon hinbauen, deswegen bin ich auch da hingerannt. Na, egal. Ähm. Ich bin bereit. Das Problem war halt wirklich gewesen, dass wir überrannt worden sind, nicht zusammengespielt haben und die Composition, wie wir zusammen aufgebaut waren, war nicht perfekt, wie sie hätte sein können, sage ich mal. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt besser klappt. So, erst mal hier den Film bauen, den Teleporter. So, ja, komm schon. Aber wenigstens macht meine Sentry da vorne schon mal einen guten Job. Vor allem muss ich gleich mal das Upgrade machen, dass ich ein bisschen mehr, äh, Bau-Material gemacht habe. Weil, vor allem ist jetzt nicht zu viel leer. Jetzt wurde es wirklich nicht verraten, weil... Äh, äh, die haben halt schon keine wirkliche Waffe, mit der sie angreifen, nur nahe Krampf. Ja, wie gesagt, Sentry Buster, äh, kann man ein bisschen verarschen, äh, indem man wartet, bis der explodieren wird. Und dann einfach die, äh, Sentry in die Hand nimmt und wegläuft. So einfach ist das. Was muss ich auch noch meine... Dings komplett aufbauen, wie ist das denn? So, als allererstes mache ich das dann noch. Dann... Das da. So, jetzt sollte meine Sentry eigentlich ziemlich schnell, ziemlich viel Schaden anrichten können, theoretisch. Jetzt kann ich auch hin und her mich... Ja, beim ersten Mal aufbauen, wenn man gestorben ist, hat man das gleich auf Stufe 3. Oh, hä, wie habe ich ihn so schnell auf Stufe 3 gekriegt? Gut. Ich bin ready, was kommt jetzt? Ein großer Pyro, zwei Stück, äh, zehn Heavis. Zehn kleine Pyros und zwei Heavis, die mit Boxhandschuhe rumlaufen. Das sollte schaffbar sein. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir brauchen mal einen Sniper, der ein bisschen viel Schaden anrichten kann. Ja. Jungs, ready? Hallo? Ready? Soldier? Gut, wieder. Okay, er hat es gerafft. Hehehe. Bin ich mal gespannt. Hehehe. So, Wave 2. Hoffentlich wird das besser. Nee, Wave 1, äh, Wave 2 war ja eigentlich schon, dass das Ziel losgekommen ist. Ich glaube, ich habe es aber, glaube ich, noch als der Soli gespielt. Es wird erst ziemlich schwer, wenn man mit einem Demo am Start ist. Also, mit einem Groß-Demo, der halt super viel Schaden aushält. Ja, einen Vorteil habe ich, ein Sentry Buster wird erstmal den Typen, wo ich anstellen kann. Hier. Of course, wir müssen also mit einem und get your own station before they return green is good have a bonus sentry schneller schießen mehr hp was kommt als nächstes kaut uns bei schneller schießen danach mache ich dann nächst und man mehr fack ich brauche noch ich wollte mir noch selber mehr baumaterialien geben wo war das denn äh da für 200 so ready bin ich mal gespannt wie die aussehen wird müsste ja relativ easy eigentlich gehen ok spy und und spys spys fliehen wahrscheinlich den versuchten hier hoch zu kommen ich bin schon gespannt ich bin gespannt da ist die spys versuchen äh kurz ich bin ich bin k Oh, oh! Movin' out! The Peppys are gone! You have killed all the spies! Two arms hit! Whoa! The people shoot me missing out, huh? I'm movin' this! That there wasn't gettin' any lighter. Here comes a fire! Whoo! Backin' up! 2 and 2 Backin' up! Very good! I feel better than that the rest of the time. Uh? Oops, what did I want now? So, I'm gonna fill the Xona. And then... And look what I'm gonna get to me now. werde. So, auf jeden Fall mehr HP. 300 habe ich noch. Die Range mache ich höher und mehr Dings. So, dann habe ich auch alles perfekt ausgegeben. Oh, die Sniper werden glaube ich ein Problem werden. Alter. Wie könnte ein Problem werden? Gut, ich höre die. Ich bin mal gespannt, wo die rauskommen, die Sniper, weil die stehen glaube ich immer irgendwie relativ ungünstig. Ich hoffe mal, die kriegen wir schnell und gut down. Hallo. Ja, du bist gerade live auf meinem YouTube-Channel. Naja, was auch immer mal live nennen kann. Nein, ich bin so gerne. Die Roboter hier, protect Manco. You owe me a 5, 4, 3, 2, 1. Anscheinend läuft das alles, das ist zwar ein bisschen besser. Ich denke mal, dass wir uns einfach hätten nur ein bisschen einspielen müssen, wie es am besten läuft. Aber letzte Runde, also davor, wo es gesetzten kann, haben wir noch ziemlich karte nochmal live nennen, aber sinnvant. Ich habe ihn schon wieder an. Ich bin schon wieder an. Ich bin schon wieder an. Ich bin schon wieder an. Wuuuuh. Kann sage nichts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Fuck. Oh, nö, der ist leider wohl nicht weg. Hm. Das ist hier glaube ich eine Runde, die nicht so gut in uns läuft. Oh, dieser Scheiß. Oh Gott. Nee, der hab ich erwischt. Oh, was zum Glück. Die hat ihn weggezogen. Nein. 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 Wavetat One. Also diese Demos, die sind extremst schwierig zu besiegen, muss ich sagen. Ich frag mich, wie man die am besten platt kriegt. Hm. Also hier sind wir auch. Letzte Runde haben wir da ziemlich hart dran zu fressen haben, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Let's go, let's go, let's go! Pfff. Wie macht man das am besten? Hm. Jetzt erst mal da vorne und wenn ich merke, dass die fast kaputt geht, dann müsste ich mich glaube ich mal zurückziehen. So, dann stelle ich jetzt wieder da vorne hin. So, dann kann ich mich auch schön wieder schnell einsetzen. Pff. Ja, die müssen irgendwas gegen die Sentrys jetzt, äh, gegen die, die Snipern unternehmen. Ja, die haben doch ziemlich hier, äh, das glaube ich eben das Spiel versaut. Move'n weg! So, das ist das allererstes mal die kleinen Popel, die sollten ja relativ schnell platzieren. Okay. So, ich dachte schon, der Zoli, äh, der Schreiber, der macht die Schreiber mit dir. Genau. Oh, meinst du! So, ich bin schon vor Ort, ich bin schon gar nicht. Mit einem doch vollen Schreiber, der responds auch. Noch nicht! Wie ist denn die Schreiber, der Schreiber vielleicht auch ganz krankt? Oha, ich bin schon in Schreiber! Oha, ich bin so krankt. Oha, ich bin schon krankt. Das ist zu so krankt, okay? Sehr gut. Oha, ich bin schon krankt. Oha. Oha, ich bin schon krankt! Nein, diesmal ist eine Sentry down gegangen. Oh, jetzt sind schon wieder diese Typen da. Verdammt. So, dann gucke ich mal, dass ich jetzt so schnell wie möglich die Sentry anbauen kann. Ja, komm, komm. Ich bin schon wieder erraten. Auf, 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 auf. Okay. So, dann geht es schon. Oh, das war knapp. Das war knapp. Nur ein C? Oh nee, jetzt kommen schon wieder drei Stück von denen. Oh, ich mag die nicht. Revenge 32? Kann ich das nicht finden? Äh, äh, Schaden eigentlich machen? Das ist repariert. Das ist repariert. So, was kann ich mir für 300 noch holen? Schauen wir doch einfach mal. Dum-di-dum-di-dum. Noch irgendwelche Upgrades? 400. Hm. Glass Resistance? Ja, ganz ehrlich? Ob ich eigentlich nichts davon? Jetzt machen wir mal noch ein Range höher. So. Ey, setzt das doch nicht neben meins. Jetzt sind wir alle hier hoch und alles gleichzeitig kaputt. Alles muss man selbst machen. Ja. Mann, Mann, Mann. Ich hasse sie. Ich habe mich doch tatsächlich gekillt. Ich habe mich doch tatsächlich gekillt. Wer soll mal meine Zenfee reparieren? Oh Mann. Eine Sekunde. Wiesbauen. Komm schon. Dammit. Schnell 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 schnell. Es ist mein Sektor. Ich habe den Krotenskopf durchgefuogn. Der Krotenskopf, ich habe den Krotenskopf. So, schnell ein bisschen Baumaterialien holen. Ich denke, das ist auch ein Eis. Okay. Hm, leider nur ein B bekommen. Na, auf jeden Fall haben wir es jetzt mal wenigstens geschafft in die letzte Runde zu kommen. Und das, äh, fast erfolgreich. 1, 3, 3, 5. Dollar. Wäre ja schon lustig. So, Building HP. Okay, ähm. Who is not ready? Sentry. Hm. Ich kann hier keine bauen, deswegen ist das eigentlich Schwachsinn. Was? Ne. No shit. Ich kann doch noch eine Sentry bauen. Mal in, men. Sentry going up. Ready? Yo, ready? Komm, stell dich hier nach drüben hin. Da ist der Kleiner. Movin' out. Thanks for the ride, partner. Phew. Jesus. Building the Sentry. Packin' up. I'm ready. This is it. The last wave. Defend the facility at all costs. Fire. 4, 3, 2, 1. Los machen wir jetzt schon wieder ein bisschen Kopfzerbrechen, wie wir die am besten glatt kriegen. Nein, wir machen nur die Strumme. Ach, das ist ganz nervös. Wir haben schon noch einen Geraden gefunden. oh wir sind schnappel schnappel warum oft bleiben ich schnappel Zwei Stück hintereinander, was war das? Was ist das für ein Cheat? Das ist das für ein Cheat. Der Schrank ist halfway through! Go on, get! Der Tank ist almost zu der Hatch! Stop ihn! Das war dann die zweite Map hier bei uns. Und, äh, ich schau mal, dass ich noch die dritte Map spiele und auch noch irgendwie hochgeladen bekomme. Bis dernöte!